Zum Urologe hinzufahren, das ist schon peinlich. Da bin ich voll Türke. Das kann ich ja jemand mit Facebook sagen. Guck mal, wo der Türke war. Hat er Probleme? Hat er Probleme? Wir haben überall Probleme. Auch nicht da ohne. Ist so. Das ist peinlich. Da fühlt man sich wie so ein Puffgänger. Conan guckt mich so an. Taifun, du lachst? Weißt du Bescheid? Ja, ich bin schon mein Sohn. Pass auf. Conan, für dich, sieben Jahre. Und natürlich auch für Taifun. Ein Puffgänger. Das ist ein Mann, der lustig geht. Puff, 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 Puff. Jetzt lachen sie wieder, alles Glück.